Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Einfach News. Daniel Kübelböck bei AIDA Kreuzfahrt über Bord gegangen. Reederei hat furchtbaren Verdacht. Der Sänger Daniel Kübelböck ist von einem AIDA Kreuzfahrtschiff in den Atlantik gestürzt. Es gibt einen schrecklichen Verdacht, was an Bord passiert ist. Daniel Kübelböck bleibt vermisst. Weitere Informationen der Reederei. Die Reederei Areda Cruises hat bestätigt, dass es Grund zur Annahme gibt, Daniel Kübelböck sei am frühen Sonntagmorgen von einem Kreuzfahrtschiff gesprungen. Das ist eine Vermutung, sagte der AIDA-Sprecher Hans-Jörg Kunze der Deutschen Presseagentur. Nach Durchsagen und einem Kabinencheck sei festgestellt worden, dass der Sänger und Entertainer, der inzwischen als Daniel Kaiser Kübelböck auftritt, verschwunden sei. Er sei privat an Bord des Kreuzfahrtschiffes gewesen. Intensive Suche nach Daniel Kübelböck läuft. Die Küstenwache sucht mit Flugzeugen und Hubschraubern nach dem 33-Jährigen. Das Kreuzfahrtschiff AIDA Luna mit rund 2200 Gästen und etwa 600 Crewmitgliedern sei an die mutmaßliche Unglücksstelle zurückgekehrt und versuche ebenfalls, den aus der RTL Castingshow bekannten Sänger zu finden. Der Kapitän und die Crew von AIDA Luna haben umgehend und in enger Abstimmung mit den örtlichen zuständigen Behörden alle erforderlichen Rettungsmaßnahmen eingeleitet, erklärte AIDA-Cruzes. Sprecher Kunze betonte, es läuft eine intensive Suche. AIDA-Cruzes bestätigt, Daniel Kübelböck ist über Bord gegangen. Erste Meldungen, wonach der Sänger Daniel Kübelböck im Atlantik vermisst wird, haben sich bestätigt. Die Reederei AIDA-Cruzes bestätigte inzwischen der deutschen Presseagentur, dass Kübelböck am frühen Morgen bei einer Kreuzfahrt nach Neufundland über Bord gegangen ist. Seitdem wird er vermisst. Es gebe Grund zur Annahme, dass Kübelböck gesprungen sei, sagte der Sprecher der deutschen Presseagentur. Das Kreuzfahrtschiff AIDA Luna sei an die mutmaßliche Unglücksstelle zurückgekehrt. Die Küstenwache suche ebenfalls mit Flugzeugen und Hubschraubern nach den 33-Jährigen, bestätigte AIDA-Cruzes demnach weiter. Das Management des Musikers, der sich durch eine Teilnahme bei Deutschland sucht den Superstar bundesweit bekannt machte, war zunächst nicht erreichbar. Die Karriere von Daniel Kübelböck Daniel Kaiser Kübelböck, geboren im bayerischen Hutum, wurde 2002 und 2003 bekannt, als er an der TV-Show Deutschland sucht den Superstar teilnahm. 2014 bewarb er sich vergeblich mit dem Lied Be A Man um die Teilnahme am Eurovision Song Contest in Kopenhagen. Zuletzt nahm er 2015 als Kandidat an der 8. Staffel der RTL Show Let's Dance teil. Er machte eine Schauspielausbildung am Europäischen Theaterinstitut in Berlin, zuletzt lebte Kaiser Kübelböck in Berlin und in Palma de Mallorca. Untertitelung des ZDF für funk, 2017